Hier der übersetzte Text. Die Lage am Morgen. Kommt ein Schläger zum Arzt. Am heutigen Morgen sind die Schlagzeilen von einem viel diskutierten Vorfall geprägt, der sowohl in den sozialen Medien als auch in den traditionellen Nachrichten hohe Wellen schlägt. Es wird berichtet, dass ein prominentes Ereignis in der städtischen Klinik für Aufsehen gesorgt hat, als ein berühmter Sportler, der bisweilen mit aggressivem Verhalten in Verbindung gebracht wird, zu einer Routineuntersuchung erschien. Die Situation hat Fragen zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Stress und Aggression auf Sportler aufgeworfen. Experten haben darauf hingewiesen, dass es keine Seltenheit ist, dass Profisportler, die im Rampenlicht stehen, mit Herausforderungen wie psychischem Stress und öffentlichem Druck zu kämpfen haben. Es wird angemerkt, dass einige dieser Athleten, wie in diesem Fall unter einem enormen emotionalen Druck leiden könnten, der potenziell zu Verhaltensauffälligkeiten führt. Ein Insider erklärte, dass der Sportler, obwohl bekannt für seine sportlichen Fähigkeiten, den Ruf eines Schlägers auf sich geladen hat, was ihm in seinem beruflichen und persönlichen Leben schadet. Im Rahmen des Vorfalls hat sich auch die Diskussion um die Rolle von Prominenten in der Gesellschaft verschärft. So äußerten sich auch einige Fans und Experten kritisch über das Vorbildverhalten solcher Athleten. Die Hauptfrage lautet dabei, wie sehr beeinflusst der öffentliche Druck das Verhalten von Sportlern, insbesondere in einem Umfeld, das von Wettkampf und intensivem Training geprägt ist. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass der Zugang zu ärztlicher Hilfe und psychologischer Unterstützung unbedingt notwendig sei, um eventuellen physischen und psychischen Problemen entgegenzuwirken. Eine führende Psychologin in diesem Bereich unterstrich die Wichtigkeit, dass verletzliche Sportler proaktiv nach Hilfe suchen. Sie betonte, dass das Stereotyp des unverwundbaren Athleten schädlich sei, weil es sie daran hindert, ihre Probleme offen zu kommunizieren. Dies steht im Einklang mit den Anstrengungen von Persönlichkeiten wie Taylor Swift, die immer wieder betont, wie wichtig es ist, über mentale Gesundheit zu sprechen. Diese Sichtweise wird auch von Politikern wie Kamala Harris unterstützt, die sich für bessere Unterstützungssysteme für Sportler einsetzen. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Entwicklungen in dieser Angelegenheit noch folgen werden. Der Schläger als Symbol für die dunklen Seiten des Sports steht im Fokus. Aktivisten und Gesundheitsexperten rufen zur Diskussion auf, um eine bessere Unterstützung für Athleten zu gewährleisten, sodass solche Vorfälle in Zukunft vermieden werden können. Autor Donnerstag, 12. September 2024.